Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich habe schon gesehen, es gibt wieder einen neuen Skin im Item Shop heute. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken und vielleicht gibt es ja auch die nächste Community-Entscheidung direkt, mal gucken, was heute alles so drin ist. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und schreibt gerne auch Feedback in den Kommentaren, was vielleicht noch einmal in meinen Videos verbessern könnte. Und jetzt schauen wir uns mal den Item Shop an. Wir haben heute einen neuen Skin, keine Community-Entscheidung heute. Der sieht so ein bisschen fast aus wie so ein, zumindest in der Variante, wie so ein Wasserskin, so ein bisschen in dem Stil. Hat zwei verschiedene Varianten, einmal in rot und einmal in blau. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, der Skin. Gefällt mir auf jeden Fall. Ebenso das Backpack wahrscheinlich in zwei verschiedenen Varianten, genau rot und blau. Gefällt mir. Nur ein blauer Skin geht dafür auf jeden Fall extrem klar aus dem TKO-Set. Gefällt mir der Skin. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir die schlagfertige Axt. Schade, dass sich der Handschuh hier nicht wieder zurückbewegt, wenn man schlägt. Wäre eigentlich ziemlich cool. Ähm, trotzdem sieht es alles eigentlich ganz nice aus. Aber als nächstes der Raptor ist ein ganz netter Skin. Allerdings, für den legendären Skin gibt es dadurch bessere Skins. Als nächstes haben wir die Gaunerin. Ist auch ein ganz nice Skin auf jeden Fall. Wobei ich den auch nicht als episch eingestuft hätte. Dann haben wir sechs Schräglage. Äh, kann sich auf jeden Fall kaufen. Ist ein nice Emote. Wobei hier auch wieder dasselbe ist. Äh, es gibt deutlich bessere blaue Emotes. Als nächstes haben wir den Bracer Charakter. Mag ich persönlich nicht ganz so. Ich mag den Verge Charakter als im Endlich Variante da schon deutlich lieber. Dann haben wir tatsächlich mal wieder Raketen Rodeo drin. War schon lange nicht mehr im Shop. Das nehmen wir als sehr spezielle Emote mit diesem Hologram. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir ein ähnlicher Depp. Niceer Mode auf jeden Fall. Kann man sich kaufen. Und als letztes haben wir noch Abkühlung. Äh, auch im Prinzip in dem Look. Wie hier die erste Variante. So ein bisschen. Obwohl es nicht zum selben Set gehört. Sieht aber eigentlich ganz nice aus. Ist allerdings nicht animiert. Äh, trotzdem finde ich geht das für eine nicht animierte Lackierung. Wie ich vollkommen klar. Die Farben gefallen mir. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das war es dann mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.